35 hat sein Plünderauti in Schwarz beim Gefangenenhaus stehen und filmt hinein über seine Satelliten am Dach. 9 Uhr und 1. International bekannt unter Scheintoter, 70er Australier Gerhard Rauchwa, Kreuscher, Marieta Drisco Löffler, der 70er Australier Gerhard Carly Monico, Inge Löffler, sein kleines schwarzes Plünderauti, filmt ins Gefangenenhaus hinein. Das rennt über die Sabatitsch, über die seuchenfetten Sabatitsch-Kurti, der wahre Sabatitsch-Seuchenfette-Kurti, Satelliten über der Wohnung 38 und 1. Dann weiter zur Grühmeier als die Asiatenfrau Maske Ali Yang Kwon und Dimitrio Kostner-Hansi. Seine scheiß Satelliten am Dach filmen mit, wie Polizisten und Polizistinnen vergewaltigt werden, weil er kein Armenisch kann. Er ist kein Ausländer. Er ist der scheintote Gerhard Löffler, 70er Australier, Monico Carly und war noch nie armenisch. Das hält man ja am Nachquise und somit werden jetzt Polizistinnen und Polizisten aus dem Ausländerbereich tätig, vergewaltigt, ihn vorsetzen und seine scheiß Satelliten, die Stromstörungen machen, in allen technischen Bereichen, filmen das mit. Die macht ihm der wahre Sabatitsch-Hirschmann-Hitler. Die Technik. Mit Körpersaft volle Matratzen, ein Raum voll, die dreht er einfach um. Oder tauscht sie aus. Er muss prostituierte Kinder, hat er auch in der Pillergasse 20. Stiege 1 und 2. Dort macht ihm der solchen fette Sabatitsch-Kurti, Hitler-Hirschmann-Wache die Technik. Er macht jetzt Polizisten und Polizistinnen, weil er nicht Ausland ist. Weder Dolmetsch, noch Übersetzung, noch Ausland. Die Wohnung war mal Serbisch. in Großfamilie Serbisch. War. Bum bum, 90, 2000. Bei der Kirche steht Bombe, oh boy. Gebombte Buben. Bombe, oh boy. Er kommt aus der Wohnung Götz. Und der Wohnung H. Sein stinkenden kleinen Teil hat man befriedigen müssen. Weil man Familie hat, Angehörige und Zugehörige. Ausländisch wie inländisch. Sein komischen stinkenden Teil unter der Ebola-Bauchi. Den verkauft er als Zwillinge und Mehrlinge auch im Ausland. Mit Burka und muslimisch-islamisch-muslimischer Wäsche. Sein Ebola-Bauchi. Und der 70er Australier. Gerhard, Carli, Monico, Mareda, Drisco. Löffler. Und der Löffler wieder gesucht. Das, was die reden, ist eine zusammengepanschte Sprache. Mit selektiert-kodierten Worten dem jeweiligen Land angepasst. La-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla. Igen. La-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla. Ege-schäge-dre. Igen. Zwei Worte Ungerisch. Der Rest war nur bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla. Seine Wohnung stinkt nach Ausländerverkauf. Gortin. Forte San Dozzi. Fortin. Kuchenbäcker. Kannibal, Hannibal mit Apfel. Der verkauft jahrzehntelang über die Chefbereiche Ausländer und Ausländerinnen Österreich-Wien. Darunter Botschaften, Diplomaten, Übersetzer, Dolmetscher, die die Sprache tatsächlich beherrschen. Es stinkt die Wohnung nach Apfel. Das braucht er für sein Kannibal. Der Gortin Forte San Dozzi Fortin. Kuchenbäcker. Es stinkt noch Apfel. Das große Saufen und Fressen. Kannibal, Hannibal. Bei Gerhard Australier 70er Jahre Mareda Trisco Rauch war Löffler.